Was ist unser Vorschlag für die gute Tat? Was ist sozial? Was ist asozial? Was ist menschlich? Was ist unmenschlich? Wie sieht in der Realität dieses Verhältnis zwischen friedvollem, liebevollem Leben und aggressiven, gewalttätigem Leben aus? Was ist notwendig, damit sich friedvolles Leben auch geschützt entwickeln kann und weiterentwickeln kann? Was würde zum Beispiel passieren, wenn Schimpansen und Bonobos keine natürliche Grenze im Kongo mehr hätten? Was würde sich durchsetzen? Was bedeutet das für uns, wenn wir eine friedfertige Welt aufbauen wollten? Das sind alles Gedanken, über die man sich selber reflektieren kann, wenn man sich mal mit diesen beiden Beispielen beschäftigt. Also ich hoffe, dass auch einige von euch sich mal mit diesem Thema beschäftigen, sich ihre eigenen Gedanken machen und sich dabei auch ihre eigene Meinung bilden. Also vielen Dank und noch eine schöne Adventszeit.